Das, was sie da sehen, das ist, beim Unzau soll man sagen, das ist wirklich Pack und Mob und was man da machen muss, ist, man muss sie einsperren. Diese Leute haben mit dem Land Deutschland, wie wir es wollen, nichts zu tun. Und um es mal ganz offen zu sagen, im Grunde ist jeder Flüchtling, der hierher kommt, hat mehr mit diesem Land zu tun, als diese Leute, die das Land missbrauchen, Menschen aufhetzen und zu Gewalt und Mord und Totschlag auffordern. Denn bereits die Nächte zuvor flogen Brandenburg.